Was geht Leute, mein Name ist Danny Justin, willkommen zurück zu einem neuen Video, heute spielen wir Roblox und heute spielen wir Slithery Snakes in Roblox, das ist quasi etwas wie Slytherio, also wirklich so extrem ähnlich, nur halt in Roblox, das ist quasi ein eigenes Spiel, was ziemlich, ziemlich cool ist und hier kann man quasi sein eigenes, man kann hier seine Farben ändern, uh, da war Deutschland, glaube ich, ja, das ist Deutschland, bei, oh, es kostet, ich muss Deutschland kaufen, Leute, ich muss, ich muss es tun, 15 S, natürlich, du hast mein Geld, hier, nimm es einfach, okay, für Deutschland tue ich das, Okay, ich pass, wie auch mal, lass uns spielen, mein Dick-Name ist, äh, ja, wie mein Roblox-Name, schätze ich mal, deswegen, es ist, ich, oh, man kann es sogar schneller an, sehr cool, also, es ist quasi sehr ähnlich, wie das eigentliche, äh, wie das eigentliche Slither, nein, ah, gib mir das, gib mir die Energie, es ist sogar sehr ähnlich, Alter, was man alles machen kann, ne, so spielen wir Roblox und Happy Wheels, kann man wirklich die krassesten Sachen erstellen und das Gute ist, wow, Alter, das war so unnormal, Leute, das war so unnormal, By the way, es sind keine Lacks in den Videos, sondern das Spiel sieht einfach so aus, es sieht ein bisschen rucklig aus, ähm, und ich sterbe, wirklich bestens, wirklich super, okay, wir sind zurück, Leute, nächste Runde, es, äh, war relativ schwer, und ich hab mein Skin verloren, äh, ich glaub, mein Skin war auch nicht nur für einmal da, sondern den kann man schon öfter einsetzen, Aber ja, das ist vollkommen in Ordnung, wir haben eine Größe momentan von 141, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da stirbt jemand, oder? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, kann ich durch, wenn ich, wenn ich, sterben, wenn ich mich selbst berühre, ich glaub, ich weiß es gar nicht, wow, sehr geil, okay, ich hab das Gefühl, dass ein, nein, oh Gott, manchmal, kann ich, äh, sterben, wenn ich mich selbst berühre, ich bin mir dort gar nicht sicher, ich glaub, die Leute wissen gar nicht, was für ein Slither-IO-Pro ich bin, ich bin extremer Pro, wenn's, äh, um das Spiel geht, stimmt's, Leute? Hä, kann mir da jemand, ihr dazu stimmen, hä? Oh Gott, nein, ich hab den nicht gesehen, der war rot, oh Gott, manchmal, hab ich nicht in Deutschland Skin, da ist doch der, ja, Set, ich will ihn weiterhin benutzen, Set, äh, Back, mein ich, Play, ich will, ich will auf jeden Fall den Skin weiterhin benutzen, ich meine, wieso auch nicht, und wir sind in der nächsten Lobby, was haben wir hier, viele Leute spielen überhaupt in der Lobby, und haben wir eine Map, ich glaube nicht, ne, ich glaub, wir haben keine Map, aber sehr interessant auf jeden Fall, und gut, lass uns versuchen, groß zu werden, Leute, weil ich glaub, das haben wir verdient, Ich meine, wir sind momentan eine klitzekleine Schlange, wir wollen eine große, mächtige, starke Schlange werden, okay? Eine sehr große, vielleicht sogar Platz 1, natürlich ist Platz 1, wäre eigentlich das Ziel hier, oder? Oh Gott, wie bin ich nicht gestorben, gesagt, ich hab keine Ahnung, mich interessiert einfach nur, wie man, wie man sowas erstellt, ehrlich gesagt, willst du mich töten? Na los, töte mich, du kannst mich töten, ich bin schlecht im Spiel, ich bin Loser, ich hab nix drauf, okay? Okay, oh, gib mir das, ah, oh, 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 vorsichtig, manche sind rot, das ist voll gefährlich, zum Beispiel der, der ist rot, das ist voll gefährlich, Leute, ultra, mega, super, duper, oh, danke, Deutschland, oh Gott, er hat auch einen Skin gekauft, oh mein Gott, das ist ein wirklich cooler Deutscher, kann man ja noch sagen, er kauft sogar den Deutschland-Skin, das muss was heißen, Leute, also besser geht's gar nicht, oh, manchmal rennen Leute einfach so richtig komisch auf einen zu, aber ich glaube, eine coole, oh mein Gott, ich wollte das Spiel dann loben, eine coole Sache ist, dass, ich glaube, jeder hier ein richtiger Spieler ist, es gibt keine Computergegner, glaube ich, bin mir nicht sicher, aber könnte ich mir nicht vorstellen, weil ich meine, wieso sollte es Computergegner geben, oder gibt es hier Computergegner, ich weiß es nicht, ich glaube aber ja weniger, oder? Ich meine, wie wenn man bitte hier Computergegner einfügen, na, ich glaube, alle sind sehr alle Spieler, müsste eigentlich, wow, bro, der sieht so Hammer aus, alter Schwede, sieht der wunderschön aus, alter bist du wunderschön, hat dir das schon mal jemand gesagt, wie wunderschön du eigentlich bist, wie wunderschön du eigentlich aussiehst, du bist einfach nur eine Traumschnecke, äh, Traum, Traum, Schlange, oder wie auch immer, also wirklich wunderschön, das muss man eben öfter gesagt haben, oh, ich bin Platz, Platz 1? Moment mal, ich bin jetzt schon Platz 1? Ähm, naja, also, wenn es wirklich so einfach ist, frage ich mich gerade, ob ich nicht, ob ich schon mal Platz 1 war, aber ich glaube ja weniger, oder? Ja, wir sind wortwörtlich Platz 1, Leute, das ist so dumm, aber ja, wir sind Platz 1, danke für die ganze Energie, ich weiß nicht so schätzen, ich meine, ich versuche mal 1000 Punkte zu bekommen, ich denke, das sollte kein Problem sein, aber das ging auf jeden Fall sehr schnell mit dem Platz 1, aber beschweren kann ich mich natürlich nicht, da steht wirklich Nummer 1, Danny Jeston, ja, ich bin Nummer 1, ich kann es gar nicht glauben, aber ich glaube, das ist nur Glück, oder? Weil in der Lobby nicht so extrem starke Leute sind, glaube ich, oh, beilig, ha, yes, sehr gut, gib mir die ganzen Punkte, die Punkte, die ich verdient habe, mich würde mal interessieren, wie das Ende der Map aussieht, by the way, ah, da haben wir es ja, also genauso wie bei Slither, okay, sehr interessant, also, wenn wir die Wand berühren, sterben wir ebenfalls, was auf jeden Fall sehr klasse ist, hey, Buddy, na, kleiner Mann? Ey, eigentlich müsste der, kann ich mich selber berühren? Ich kann mich selber berühren, ah, okay, das ist sehr gut zu wissen, weil das könnte mir mein Leben retten, Leute, das könnte mir definitiv mein Leben retten, oh mein Gott, oh mein Gott, hab ich 1000, ja, ich hab 1000 Punkte, sehr gut, 1000 Punkte sind sicher, Leute, 1000 Punkte sind sicher, ich hätte mal wieder Lust, in das eigentliche Slither zu gehen, Alter, wir haben 1100 Punkte, und der Zweite hat 200, wow, der ist wunderschön, wunderschön bist du, wunderschön, aber der Zweite hat, äh, 200, äh, fast 300, wow, ich hab den wunderschönen Kerl ermordet, es gibt hier so viele, die wirklich wunderschön sind, ich bin einfach so, wow, hallo, hallo, wie heißt der, Donald Trumpet? Wow, das war knapp, der hätte mich fast eliminiert, das wäre nicht all so schön gewesen, aber irgendwie, überleben wir hier gerade sehr, 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 sehr gut und erfolgreich, also alle, oh mein Gott, wir sind riesig, wir sind wortwörtlich riesig, und alle laufen gegen mich, wieso, wieso tun die das? Das verstehe ich nicht, also so wortwörtlich gar nicht, okay, gib mir die Energie, oh Gott, nicht töten, äh, nee, was machen alle, wieso laufen die alle, schon wieder? Oh mein Gott, es wird nie aufhören, niemals im Leben wird es aufhören, Leute, ich laufe hier durch, ich laufe hier durch, ich laufe hier durch, oh, ich bin tot, ah, okay, lass mich mal sehen, ob ich einen cooleren Skill bekommen kann, weil es gibt hier so viele, ich glaube sogar, es gibt hier leuchtende, oh mein Gott, oh mein Gott, wunderschön, oh mein Gott, ist das schön, ich bin so, ich bin so verliebt, ich nehm den hier, oh yeah, Baby, bye, Okay, wie teuer? 75, kaufen wir, so egal, wir haben dann auch noch 1000 Robux, was sehr gut ist, okay, puh, ich bin zufrieden auf jeden Fall mit dem Scan, boah, schau euch mal an, wie geil der aussieht, Leute, ich hab das nur für euch getan, das ist meine Liebe zu dir, okay, meine Liebe, okay, gleich Spaß, äh, auf jeden Fall ziemlich cool, also ich, ich weiß nicht, aber ich muss sagen, für so ein Scan lohnt es sich auf jeden Fall Robux auszugeben, weil es einfach wunderschön aussieht, und viele Leute lieben den Scan, vor allem ich leuchte, so schön, wird das bei, äh, wird das bei, ähm, Beim eigentlichen Dings da gehen, Slither, soll ich das mal wieder spielen in Slither? Ich glaub, ich würd's mal wieder spielen, weil ich hatte mal wieder extrem Lust drauf, weil ich mein, das Spiel ist wirklich, wirklich cool, aber na gut, komm schon, wir müssen mehr Punkte bekommen, welcher, ah, der Erstplatzierte hat jetzt endlich 851 bedeutet, ein etwas besserer Erstplatzierter, 950 hat der Erstplatzierte, ähm, war's das wert? Sei mal ehrlich zu dir selbst, war's das wert, gegen mich zu laufen, hä? Ich glaub eher weniger, ich weiß nicht, wieso du sowas tun kannst, hi, Barlin, alles klar, ähm, ich würd gerne den Erstplatzierten finden, ist das der Erstplatzierte? Oh, da sind Punkte, äh, warte, der Erstplatzierte heißt Carlsen, wie heißt du? Ja, du bist der Erstplatzierte, lol, es ist, äh, Platz 1, Leute, wir sind jetzt schon Platz 3? Okay, okay, und, äh, wir haben gerade Platz 1 ermordet, ähm, okay, und wir haben alle seine Punkte genommen, tja, äh, okay, ich bin ein bisschen sprachlos, weil es so einfach ist irgendwie, es ist so verdammt einfach, ich muss sagen, ich hätt niemals gedacht, dass es so einfach ist, ich mein, ich wusste, dass es wahrscheinlich nicht so schwer, wie das eigentliche Slither sein wird, Aber das war echt nicht allzu schwer, aber, äh, immerhin hab ich wieder Lust, das, äh, eigentliche Slither zu spielen, ich sollte mehr boosten, glaub ich, hab ich auch so Fähigkeiten? Aber mit Lehrterste kann ich auch boosten, cool, ey, das ist ein Kumpel, oh nein, er hat Selbstmord begangen, er hat sich gedacht so, hey, du siehst genauso aus wie ich, ich werd dir die Energie geben, damit du, damit du cool bist, okay, weil er genauso aus sah wie ich, er wollte mein Partner sein, Was für ein netter Kerl, hat sein Leben geopfert, ist sehr früh gestorben, aber, na gut, Leute, lass uns versuchen, mehr Punkte zu bekommen, das wäre echt wunderschön, würden wir mehr Punkte bekommen, also wirklich wunderschön, Wunderschöner würde, würde es gar nicht mehr gehen, aber, na gut, wie viele Punkte haben wir? 1100, schaffen wir die 2000, oh mein Gott, wir können auch Leute umkreisen hier, natürlich, aber irgendwie sind wir nicht lang genug, oder? Ähm, ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich gar nicht weiß, was ich hier machen soll, oh mein Gott, der Typ wäre fast gestorben, ey, da ist schon wieder jemand gestorben, ich bin so sprachlos, Alter, ich muss die Gegner bestimmt voll verwirren, weil ich so wunderschön bin, ja, ich verwirre die voll, oh mein Gott, was passiert hier, was passiert hier, wir leben noch, irgendwie leben wir noch, ich weiß zwar nicht wie, aber wir tun's einfach, okay, wir tun's, oh Gott, Leute, könnt ihr mal bitte aufhören, gegen mich zu fahren, ihr macht mir das Spiel zu einfach, 1500 Punkte, der wird mir noch ne Menge geben, oder? Ja, 1600, sehr gut, also es ist, äh, das einfachste ever, hier Platz 1 zu werden, oh mein Gott, okay, ich sollte lieber meine Schauze halten, bevor ich jetzt noch sterben werde, Oh mein Gott, haben wir die 2000 Punkte? Ah, wir haben die 2000 Punkte geschafft, okay, also theoretisch könnte ich das Video jetzt nicht stehen lassen, wir machen aber weiter, und versuchen natürlich weiter zu machen, 2500 Punkte wäre das nächste Ziel dann, Aber ich bin wortwörtlich richtig groß Ich könnte aber mal gerne versuchen, jemand einzukreisen, weil ich meine, wieso eigentlich nicht? Ja, ich kann ja niemanden einkreisen, wenn ich schon vorher Selbstmord begehen Oh, da haben wir jemanden eingekreist, Leute Ah, sehr geil Boah, 2200 Und überall sind Energien, die nicht aufgesammelt werden, und jeder läuft gegen mich Ich denk mir einfach so, ey, wenn jeder gegen mich läuft, ne, muss es ja quasi hier Computer gegen ein Game, oder lieg ich falsch? Ich hab keine Ahnung, Leute Schon wieder, seht ihr das? Das macht keinen Sinn Keiner ist so dumm Es sei denn, das sind wirklich sechsjährige Leute, die, äh, sechsjährige Kinder, die das erste Mal Sliver spielen Und wirklich so gar nicht wissen, was das Ziel ist Das könnte natürlich sein Obwohl, naja, das Spiel ist relativ populär, so normalerweise sollten die Leute erfahren sein Und jeder kennt die Regeln von Sliver, oder nicht? Schon wieder, seht ihr das? Ich wusste es schon Ja, ich glaub, das kann kein realer Spieler sein Schon wieder? Okay, wir haben bald die 3000 Punkte vor, Leute Also der zweite hat nur 265 Und das Ding ist, woher ich weiß, dass reale Spieler sind Zum einen haben die Skins Die kosten Robux, das heißt, man muss die kaufen Äh, und zum anderen Äh, was zum Teuf... Wieso? Oh Gott Wieso tun das die Leute? Ihr solltet das nicht tun, das ist nicht schlau Es ist wirklich nicht schlau, Leute Sich selber zu ermorden Ich meine, ich werde zu euren Energien nicht nein sagen, aber... Boah, ich bin so lang, ne? Ja, es müssen Computergegner sein Ich verstehe gar nichts mehr in meinem Leben Okay, okay, okay Natürlich... Ja, ist klar! Ist klar! Okay, geben wir mehr Okay, ich glaube, das sind doch Computergegner, Leute Also ein paar Gegner müssen Computergegner sein Wie auch immer, Leute Ich werde die Folge über das mir stehen lassen Das war Slivery, Snakes and Roblox Also vielen Dank, dass ihr euch aufhören Für mehr Roblox bewerten Ich werde nicht vergessen, falls ihr euch nicht getan habt Es kann so gerne gerne kostenabonnieren Für die nächsten Video-Content Und ich sehe dich im nächsten Video wieder Ciao, ciao!